Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wetter passt natürlich optimal heute, es ist auch viel los, es gibt leckeres Essen. Ich glaube, besonders für die Kids ist das hier eine super Sache und ich glaube, ein gelungenes Fest. Die Leute haben Spaß hier, ob bei uns am Glücksrad oder hinten auch vom Torwand schießen. Hüpfburg ist da, es gibt gutes Essen, es gibt gutes Trinken, gelöste Stimmung, schön hier. Es ist einfach ganz wichtig, dass du, wenn du immer nur im Büro zusammen bist und arbeitest die ganze Zeit, dass du eben auch mal die Möglichkeit hast, ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen in einer ganz lockeren Atmosphäre. Und heute ist es natürlich perfekt, wie gesagt, von der Begebenheit, der Wetter und alles ist toll. Und es ist einfach auch wichtig, dass die Leute sich austauschen, teilweise auch besser kennenlernen. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Leute und nicht jeder kennt sich so gut. Und das ist eben eine Möglichkeit, dass man sich auf eine ganz lockere Art und Weise kennenlernen kann. Und das ist klasse.